Für mehr Videos und Übungen zum Thema klicke den Beschreibungslink. Hallo, das ist ein Flusskrebs. Er gehört zu den Krebstieren. Interessanterweise besitzt er nicht nur acht Laufbeine und zwei Beine mit Scheren, sondern auch noch jede Menge kleiner Füßchen im Mund- und Schwanzbereich. In diesem Video, in dem wir uns mit dem Bau von Krebstieren am Beispiel des Flusskrebses beschäftigen, wollen wir unter anderem das Geheimnis dieser Füßchen lüften. Zu den Krebstieren gehören neben den Flusskrebsen auch der Hummer, die Krabbe und die Garnele. Aber auch kleine Arten wie der Flohkrebs oder die Asseln zählen zu den Krebstieren. Der europäische Flusskrebs ist etwa 18 cm groß und ist vor allem nachts aktiv. Tagsüber versteht sich die Füßchen. Klicke jetzt einfach den Link im Beschreibungstext, schaue das komplette Video und löse die dazugehörigen Übungen.